Was stimmt nicht mit Ihnen? Sie haben Talent, aber ich kenne niemanden, niemanden, der sein Talent derart vergeudet. Lenke das Schiff mit aller Gewalt aus Dampf und Brandung. So nicht du ins Verderben uns stürzest, Humea Sir. Die Tatsache, dass Sie das auch noch kennen, die bringt mich förmlich zur Weißglut. Es ist mir ein Rätsel, was meine Tochter an Ihnen findet. Sie sind ein ausgesprochen kluger Junge mit großen Schwächen in Sachen Charakter, Führungsqualität und Entscheidungsfähigkeit. Haben Sie mir noch irgendetwas zu sagen? Irgendwas? Negativ, Sir. Genießen Sie dieses Flottenmanöver, Hopper. Es ist vermutlich Ihr Letztes.